Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum fünften Spieltag der Fantasy Bundesliga. Wenn ihr das ganz aktuell schaut, einen wunderschönen Samstagmorgen, ansonsten einen wunderschönen Tag allgemein. Tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe es am Dienstag angekündigt, heute gibt es eine erneute Samstagskonferenz, diesmal nicht wie letzte Woche in der Nordweststaffel, sondern in der Südoststaffel. Also Bayern, Kaiserslautern, die Partien, die unten stehen, diese fünf, die werden also in der Konferenz zu sehen sein. Ich versuche das einigermaßen gut aufzuteilen, dass man in jedem Stadion gleich lange ist. Manchmal nicht ganz so einfach zu organisieren, wenn mal da, mal da Tore fallen, aber ich denke, das ist einigermaßen so in Ordnung. Die Timelinks findet ihr, wenn ihr keine Lust habt, die Konferenz zu schauen, denn die kommt jetzt sofort und ihr stattdessen nur Zusammenfassungen sehen wollt, dann gibt es die in ausführlicher Weise von der Nordweststaffel in relativ kompakter Form, anderthalb Minuten immer so knapp, von der Südoststaffel. Aber wenn ihr dann keine halbe Stunde Zeit habt für eine Konferenz oder so, dann könnt ihr gerne da hinspringen. Bin ich euch auch nicht böse. Hauptsache, ihr habt einigermaßen Spaß und selbst wenn ihr nur für zwei Minuten eure Mannschaft anschaut, bin ich auch froh. Viel Spaß jetzt dabei. Danke auf jeden Fall fürs Reinschalten. Die Konferenz beginnt. Bleibt gesund und ja, gute Unterhaltung. Bis später. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich in der Konferenz der Südoststaffel. Wir beginnen in München beim FC Bayern. Da ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Es ist noch bei beiden Mannschaften Luft nach oben. Eine offene Partie dürfte uns hier erwarten. Das Stadion ist gut gefüllt. Der Gästeblock im Hintergrund ist absolut voll. Das dürfte wohl auch für die folgende Partie gelten. Ab nach Mannheim. Das stimmt allerdings. Eintracht Frankfurt ist zu Gast im Carl-Benz-Stadion. Waldhof Mannheim fordert die Eintracht. Der SV Waldhof ist noch ungeschlagen in dieser Saison. Wir sind am fünften Spieltag. Da ist das durchaus mal ein kleines Ausrufezeichen. Bei einer anderen Mannschaft oder bei zwei anderen Mannschaften läuft es auch gut. Die treffen in Rostock aufeinander. Ganz genau das sind zum einen der FC Hansa und die Gäste aus Karlsruhe. Beide Mannschaften stehen weit oben in der Tabelle. Da sind doch Ansprüche durchaus erlaubt. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das hier entwickelt geben. Aber nochmal weiter. Grüße aus Dresden. Da ist der VfB Stuttgart zu Gast. Die Schwaben werden in Weiß antreten. Zunächst schauen wir einmal auf die Aufstellung von Dynamo Dresden. Bei der SG Dynamo heißt es alles auf den Heimsieg. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das hier entwickelt. Eine letzte Station haben wir noch und springen dafür nochmal nach München. Zwei Partien also in Bayerns Landeshauptstadt. Der TSV 1860 München tritt an der Grünwalder Straße an. Dort ist der 1. FC Nürnberg aus Franken zu Gast. Weiß gegen Rot. Auch da dürfen wir uns was Spannendes anschauen dürfen. Die Konferenz starten wir in München. Allerdings auf dem Feld in der Allianz Arena. Viel Spaß. Los geht's mit der Konferenz. Die Bayern stoßen an in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Der 1. FC Kaiserslautern dementsprechend von rechts nach links in den dunklen Trikots. Die Bayern haben schon alles mitgemacht in dieser Saison. Sieg, unentschieden, Niederlage. Jetzt ist man auch wieder Gutmachung aus und kommt gleich mal gefährlich über die linke Seite. Lewandowski mit der Flanke. Grill passt aber auf. Kann den erstmal klären. Manfred Starke leitet dann den Gegenangriff ein, der erstmal zum Erliegen kommt. Aber der 1. FC Kaiserslautern drischt den Ball nicht blind raus, sondern baut das ganze spielerisch auf. Tor in München. Tor in München, also bei 18,60. Die Führung für den TSV 18,60. Sascha Mölders lässt sich feiern. Ist zum Teil berechtigt, weil er diese Szene eingeleitet hat. Im Endeffekt wird es wohl ein Eigentor sein von Mavropanos, der den Ball hier nicht klären kann. Kopfball von Mölders ans Aluminium. Dann behindern sich Martenia und Mavropanos da eben gegenseitig. Das ist höchst unglücklich. Aber somit haben wir zumindest den ersten Treffer in dieser Konferenz, wenngleich er auf komische Umstände zustande gekommen ist. oder unter komischen Umständen steht 1 zu 0 für den TSV. Wir waren jetzt in beiden Münchner Stadien, wollen dann gleich auch mal in andere Teile des Landes schauen. Also hier steht es 1 zu 0. Wir warten auf weitere Tore. Vielleicht gibt es die hier in Rostock. Der KSC legt hier gut los. Und da ist die nächste Riesenchance. Markus Kolke. Der hatte eben schon eine Glanzparade. Das war unfassbar. Auch das sieht aus dieser Perspektive richtig beeindruckend aus. Markus Kolke. Nicht umsonst die Krake genannt. Ist wieder dazwischen mit einem Finger. Also der KSC macht gut Druck. Rostock muss aufpassen, nicht hier richtig in Bedränge zu kommen. Sie haben jetzt die erste Viertelstunde überstanden ohne einen Gegentreffer. Das hat aber viel damit eben zu tun, dass Markus Kolke auf Topniveau agiert. Und lange wird das so nicht mehr gut gehen. Wannicek zu Philipp Hoffmann. Die nächste Chance. Und wieder Kolke. Das gibt es doch nicht. Der ist nicht zu überwinden. Wir schauen mal weiter. Sind das erste Mal in Sachsen. Dynamo gegen VfB Stuttgart. Sie geht so ein bisschen langsam an, diese Partie. Der VfB jetzt aber vielleicht mal große Chance. Aber Kevin Broll kommt noch raus. Rechtzeitig. Und schmeißt sich auf den Ball. Ansonsten wäre Gomez einschussbereit gewesen, der vielleicht einen Ticken zu lange gezögert hat. Den Fuß dann nicht mehr ranbekommt. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Rene Klingenburg. Rohrfahrt raus zu Walquist. Die Flanke zu Schmidt. Der Abschluss. Naja. Naja, naja. Nicht verkehrt. Gregor Kobel greift ein. 28. Minute. Und Klingenburg setzt diesen schönen Schuss ab. Hätte möglicherweise von der Unterkante der Latte den Weg ins Tor finden können. Also großes Ausrufezeichen. Auf die Ecke schauen wir noch. Sollte daraus nichts entstehen, werfen wir noch einen Blick in ein weiteres Stadion dieser Konferenz. Und das machen wir jetzt auch. Kobel hat den Ball. Also eine Station weiter. Kommen in Mannheim an. Das ist hier aber von Unzulänglichkeiten und Ungenauigkeiten geprägt. Der erste Durchgang allgemein dieser Konferenz lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. Ein Treffer bislang. Das ist ein bisschen dürftig. Den haben wir in München gesehen. Der TSV 1860 führt mit 1 zu 0 gegen Nürnberg. Wann sehen wir das zweite Tor? Jetzt vielleicht Deville zu Walmir Suleimani. Die Flanke von Touré erstmal abgewehrt. Christiansen hat nochmal den Ball. Elfmeter und rote Karte in Rostock. Elfmeter und rote Karte geht natürlich vor. Also schnell nach Rostock. Ja, da sehen wir es nochmal. Die Situation. Also ganz ist das nicht deutlich geworden. 38. Minute. Wir schauen nochmal drauf. Hanslick und dann diese Szene als Foul gewertet. Gibt kein Videobeweis. Rot für Gordon. Und die Chance für Jean Verhook auf 1 zu 0 zu stellen. Also sorry für diese Undurchsichtigkeit. Aber ganz klar ist uns das hier auf dem Kommentatorenplatz auch nicht. Jean Verhook hat jedenfalls die Chance. Aber vergibt sie. Haut den Ball an den Frosten. Das zweite Tor gibt es dann in München. Und es fällt wieder für den TSV 1860 München. Aber jetzt hat jeder die Glaubwürdigkeit zu 100% dass das Sascha Möhl das gehört. Wuchtiger Schuss. Vorbei an Martinia. Das 2 zu 0 für den TSV. Kann sich sehen lassen. 40. Minute. 5 Minuten noch. Also bis zum Seitenwechsel. Wir haben ja ein bisschen drauf gebaut, dass hier ein paar mehr Tore fallen. Wir sind jetzt bei 2 angelangt. Immerhin ein verschossener Elfmeter und eine rote Karte. Aber das eine oder andere Tor hätte es doch gerne noch sein dürfen. Wir haben jetzt 2 gesehen. Und hoffen, dass wir jetzt in dem nächsten Stadion vielleicht das dritte sehen. Möglicherweise hier in München. Aber die Chancen sind wirklich rar gesät. An einer Hand abzuzählen. Und an dieser Hand müssen nicht mal zwangsläufig alle 5 Finger dran sein. Passungenauigkeiten. Parallel gehen die Partien so langsam in die Pause über. Das heißt, wir sind hier am spätesten dran. Vielleicht hat Kaiserslaut dann nochmal die Chance. Nix da. David Alaba. Passt auf. Klärt das Ding. Hier steht es 0 zu 0. Wir schauen jetzt einmal kurz auf die Zwischenergebnisse in der Halbzeit. Da ist aber, was die Tore angeht, noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Hier in München beim FC Bayern steht es 0 zu 0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Aber wir haben ja nochmal weitere 45 Minuten. Jo, wir sind in der Halbzeit angekommen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen würdet. Vielen Dank für euren Support. Hier einmal kurz die Ergebnisse der Halbzeit im Überblick. Jetzt geht es aber weiter mit der zweiten Halbzeit. Und versprochen, jetzt fallen wirklich noch einige Tore. Das heißt, die zweite Halbzeit wird deutlich, deutlich interessanter. Viel Spaß dabei und danke fürs Dabeisein. Zurück in der Konferenz. Dynamo Dresden stößt an. Wir sind bei der SGD im Rudolf-Habig-Stadion gegen den VfB Stuttgart. Da hat sich noch keins der beiden Teams wirklich mit Ruhm bekleckern können. Dresden vielleicht etwas besser. Aber Torchancen sind weiterhin Mangelware. Wir hoffen also, dass es so langsam vielleicht besser wird. Aber solange wir parallel nichts hören, bleibt die Hoffnung erst einmal gering. Der VfB kommt jetzt nach vorne, aber verliert auch wieder den Ball. Die ersten Eindrücke haben wir hier gesammelt. Wie schaut es denn in Mannheim aus? Wir hatten zumindest mal eine gute Chance. Jean-Luc Akorte schließt hier ab. Kevin Trapp ist aber rechtzeitig unten und kann den da rausfischen. Schöne Szene. Eckball von der linken Seite. Hofrat legt sich den Ball zurecht. 51. Spielminute. Eckball von der linken Seite. Da ist Valmir Suleimani. Und da ist das Tor. 1 zu 0 für den SV Waldhof Mannheim. Nach einer Standardsituation, die er herhalten muss, gehen die Gastgeber nicht unverdient mit 1 zu 0 in Führung. Kevin Trapp schaut bedröppelt rein. Suleimani wird da gehen gelassen. David Abraham ist es, der da den Überblick verliert. Das ist dann nur noch eine Formsache. Der Suleimani erzielt den ersten Treffer hier in Mannheim. Den ersten in der zweiten Hälfte in der Konferenz. Den dritten erst insgesamt. Vielleicht kommt die Konferenz ja jetzt so langsam in Fahrt. Der SV Waldhof weiterhin auf der Siegerstraße und möglicherweise auch auf der Straße ohne Niederlage dementsprechend auch zu bleiben. Doch Frankfurt hat auch wiederum Zeit, hier das Ganze nochmal umzudrehen. Timothy Schändler über die rechte Seite. Tor in München. Ja, in welchem Teil denn? An der Grünwalder Straße ist das der Fall. 56. Minute. Der 1. FC Nürnberg ist wieder da. Michael Freisch schlägt zu. Unten rechts schlägt der Ball ein. Gut platziert. Da kommt Hiller nicht mehr ran. Und somit ist das Ganze hier wieder völlig offen. Was den zweiten Durchgang angeht. 34 Minuten noch auf der Uhr. Da kann durchaus Hoffnung bestehen. Für den geneigten Klubfan. Das ist auf jeden Fall möglich. Und 8 zu 60 muss jetzt wieder eine Schippe drauflegen. Vielleicht jetzt sofort. Steinhardt bleibt erstmal an Sorg hängen. Holt sich aber zumindest den Einwurf. Dann ist Dressel ziemlich frei. Verliert den Ball. Und wir schauen noch weiter. Sitt in Rostock angelangt. Und so richtig kann der FC Hansa noch nicht Profit aus seiner Überzahl schlagen. Den Elfmeter verschossen. Klar, das kann passieren. Passt aber so ein bisschen zum Auftritt. Unglücklich und nicht souverän. Gondorf zu Marvin Wanicek. Marvin Wanicek bleibt eiskalt. Ist das die Führung? Nein. Die Fahne vom Assistenten geht hoch. 63. Minute. Es wäre nicht unverdient gewesen. Knappe Geschichte. Aber wir glauben dem Ganzen mal. Das sollte spätestens jetzt die Kogge geweckt haben. Man darf hier nicht einschlafen. Ansonsten verliert man auch in Überzahl. Vielleicht das jetzt die Situation. Butzen. Nils Butzen zu Jean Verhook. Und der hat Pech heute. Riesenchance. Völlig alleine. Kein Abseits. Den muss er machen. Ab nach Bayern. Ab nach Bayern zum FC Bayern. Nach München, um genau zu sein. Werden wir hier noch von einem Treffer gesegnet. Parallel hat es jetzt zumindest so ein bisschen geklappt. Aber es ist auch hier. Noch ein 0 zu 0. Der FC Bayern München in der Defensive jetzt gefordert. Nanzig über die linke Seite. Der 1. FC Kaiserslautern macht es nicht verkehrt. Das ist Bachmann. Guter Kopfballversuch. 20 Minuten vor dem Ende. Tor in Dresden. Und das 1. Tor in Dresden, wenn ich mich nicht täusche. Das 1. Tor in Dresden. 70. Minute. Das 1 zu 0 für die Gastgeber. Dynamo ist absolut erfreut. Kobel ist noch dran an diesem Schuss. Fährt die Hand aus. Kriegt ihn an den Oberarm. Von da schlägt er im langen Eck ein. Und so darf man hier in Gemeinschaft jubeln. Alexander Jeremäev. Die Nummer 11. Haut das Ding rein. War auch im zweiten Durchgang noch keine hochklassige Partie. Der Treffer hatte sich nicht zwangsläufig angedeutet. Aber wir haben ihn bekommen. Und das freut die neutralen Zuschauer. Das freut die Zuschauer. Die Fans der SG Dynamo. Einzig und allein die Stuttgarter. Dürften alles andere als angetan von diesem Resultat sein. Aber sie haben auch zu wenig investiert. Klingenburg zu Horfahrt. Kein Abseits. Stenzel passt auf. Einwurf für Dynamo in der gegnerischen Hälfte. Viertelstunde noch circa. Auf der Uhr. Wir würden gleich einmal die Station weitergeben. Tor in München. Also. Beim FC Bayern. Aber nicht für den FC Bayern. Carlos Sikkinger. Mit dem 1 zu 0 für die Gäste. Und das ist durchaus verdient. Der Gästeblock im Ausnahmezustand. Gut gespielt. Sikkinger taucht dann alleine vor Manuel Neuer auf. Stark. Mit der rechten Außenseite angenommen. Mit links vollendet. Das ist technisch hochwertig gemacht. Pavard. Kommt zu spät. Und kann den Einschlag nicht verhindern. Er steht 1 zu 0 für die Gäste. Wir stellen uns auf eine spannende Schlussphase ein in der Konferenz. Nicht nur hier. Hier vielleicht auch nicht. Aber Waldhof Mannheim kommt gerade und schlägt zu. Und das könnte die Entscheidung sein. Deville legt auf. Monir Busiane vollendet. 2 zu 0 für Waldhof Mannheim. Perfekter Pass. Kevin Trapp klebt auf der Linie. Dann ist Busiane eiskalt und macht das 2 zu 0. Der SV Waldhof geht in zweifache Führung über. Und Frankfurt hat etwas mehr als 10 Minuten, um hier noch wieder rein zu kommen. Die Lage ist nicht unbedingt richtig rosig. Aber es ist schon einiges passiert in diesem Fußball-Sport. Etwas mehr, wie gesagt, als 10 Minuten noch auf der Uhr, wenn wir die Nachspielzeit dazu rechnen. Aber die Zeit läuft davon. Da Costa mit dieser Unzulänglichkeit passt. Auch leider, muss man sagen, zum Aufzug der Frankfurter. Und Tor in Rostock. Da ist es. Das gibt's nicht. 82. Minute. Das 1 zu 0 für den FC Hansa Rostock. Sie haben sich jetzt mehr und mehr Räume erarbeitet durch die Überzahl. Und dieser Treffer fällt auch, weil da Daniel Gordon fehlt. Pissot auf sich alleine gestellt. Und Daniel Hanslik. Hämmert ihn aufs Tor. Nicht zu halten. Ophoff hat das Nachsehen. Und Rostock geht in Führung. 82. Minute. 1 zu 0 für Hansa Rostock. Wir melden uns, falls nochmal was geschieht. Wollen jetzt die Schlagzahl in der Konferenz aber nochmal erhöhen. Nürnberg hat nochmal die Chance, um hier wieder Fuß zu fassen. Dazu sollte sich Martini aber weniger Zeit lassen bei seinen Abstößen. Behrens raus zu Handwerker. War aber eine Hand mit dem Spiel. Ärgerlich. Das kostet Zeit. Das kostet Kraft. Tor in Dresden. Das kostet Nerven. Tor in Dresden. Der Ausgleich oder die Entscheidung? Das ist die Entscheidung. 2 zu 0 für Dynamo Dresden. Alles vorbei. Der VfB Stuttgart gibt sich geschlagen. Gregor Kobel hat das Nachsehen. Ist bedient. Marco Terrazino mit dem Kopf. Steht da viel besser im Zweikampf. Läuft ein. Geht in den Ball hinein mit dem Kopf. Dadurch kann er ihn so gut und wuchtig platzieren. Und Kobel ist völlig aus der Schuld zu nehmen. Die Nummer 10 schlägt zu. Er steht 2 zu 0. Das dürfte der Deckel hier auf dieser Partie sein. Es gibt andere Spiele. Da ist es weitaus spannender. Tor in Mannheim. Als hier in Mannheim wird es jetzt vielleicht doch nochmal spannend. In keinem Fall. Jetzt ist wirklich alles vorbei. 3 zu 0. Und das ist fast eine Kopie vom 2 zu 0. Quergelegt. Fuß hingehalten. Mohamed Guaida. Und jetzt wird es richtig bitter für Frankfurt. 3 zu 0. Das ist schon eine Schmach. Wobei man sagen muss, der SV Waldhof ist Tabellenführer. Es steht 3 zu 0. Hier ist alles klar. Kommen die Bayern nochmal zurück gegen Kaiserslautern. Sie kämpfen zumindest dafür. Nochmal ein Seitenwechsel. Raus zu Serge Gnabry. Kimmich in der Zentrale. Müller zu Joshua. Kimmich. Und der haut drauf und holt das Ding. 86. Spielminute. Das ist das 1 zu 1 für den FC Bayern München. Die Arena steht Kopf. Und Kaiserslautern ist komplett bedient. Diese eine Unachtsamkeit. Joshua Kimmich im Doppelpass mit Thomas Müller. Ein super Abschluss oben rechts rein. Da kann Lennart Grill nicht mehr rankommen. Ist sogar fast noch dran. Aber eben nur fast. Die Schlinge vom Hals entfernt. Joshua Kimmich hält den FC Bayern am Leben. Jetzt ist vielleicht sogar noch mehr drin. Wir wollen aber noch einmal weiter gehen. Weil hier sowieso gewechselt wird. Nochmal in Rostock. Und Kaiserslautern hier ein bisschen hart einsteigt. Holt sich wohl die gelbe Karte ab. Wenn wir das richtig sehen. Oder gibt es da sogar noch mehr. Die zweite rote Karte. So hart kam mir das Ganze jetzt nicht vor. Aber da besteht scheinbar Diskussionsbedarf. Nein die gelbe Karte ist absolut gerechtfertigt. Ja gut okay. Das hätte vielleicht sogar rot geben können. Der Kopf auch etwas weiter unten. Dementsprechend gelb vielleicht gerechtfertigt. Aber der spielt da fast Rugby mit dem Schädel seines Gegenspielers. Naja okay. Lassen wir das nochmal durchgehen. Ist ja zum Glück auch nichts passiert. Kommt Karlsruhe ein letztes Mal noch ran. Gibt es nochmal eine Chance. Wir melden uns. Die Nachspielzeit beträgt vier Minuten. Nochmal weiter. Ein letztes Mal. Nochmal hier beim TSV 1860 München. Nürnberg versucht es mit letzter Kraft. Michael Frey. Wo sind die Angebote? Der lange Ball nach vorne. Irgendwann muss er kommen. Oh Behrens. Behrens. Das tut weh. Verschenkt diese Möglichkeit des langen Balls. Und spielt hinten rum. Wir waren die letzte Partie die noch lief. Die Ergebnisse sind also geblieben beim alten. Und hier gewinnt der TSV 1860 München mit 2 zu 1 gegen Nürnberg. Wir schauen jetzt erstmal auf die Nordweststaffel. Wenn Sie Interesse haben an den Zusammenfassungen, dann viel Spaß dabei. Weil ansonsten gibt es auch das aus der Südost nochmal kurz zusammengefasst. Danke für Ihr Interesse. Bis dann. Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund im Eintrachtstadion. Also die schwarz-gelbe Borussia zu Gast. Und die in blau gekleideten Gastgeber lieferten hier ordentlich ab. Das ist Marvin Poirier, der Roman Bürki einmal testen darf. Nicht so verkehrt. Sehr gute Anfangsphase von Braunschweig. Und sie waren hier auch die bessere Mannschaft. Aber der BVB fand dann auch besser rein in diese Partie. Und meldete sich dann auch nach vorne zu Wort. Jadon Sancho zu Haaland. Der kommt nicht durch. Nochmal Haaland. Faizic dazwischen. Szene noch immer heiß. Emre Can. Sancho nochmal zu Witze. Jadon Sancho. Und Jasmin Faizic passt nochmal auf. Das war die doppelte oder dreifache Chance zum Führungstreffer für die Gäste. Er wollte aber noch nicht fallen. Vor dem Seitenwechsel gab es dann aber nochmal eine Chance. Wieder Sancho. Reus zu Enre Can. Und Faizic ist ein weiteres Mal da. Muss aufpassen. Und hält das Ding. Somit ging es torlos in die Katakomben. Da war ordentlich viel drin in dieser Partie. Aber das Einzige was noch fehlte war eben ein Treffer. Den wollte unbedingt Borussia Dortmund jetzt sich holen. Nach dem Sieg zuletzt gegen den 1. FC Köln. Und hatten sie Blut geleckt. Das ist Emre Can. Marco Reus aus der zweiten Reihe. Zumindest mal wieder eine Annäherung. Da waren knapp 10 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Dann fand aber auch Braunschweig wieder Antworten auf die stabile Defensive des BVB. Kijewski. Kopfball von Marcel Beer. Und das 1 zu 0 für Braunschweig. 63. Minute. Sehr wuchtig aufs Tor gebracht. Und Dortmund konnte sich nicht mehr davon erholen. Nochmal Braunschweig. Biancardi zu Marvin Poirier. Marvin Poirier macht alles klar. 79. Minute. Das 2 zu 0 für Eintracht. Das Ende des Liedes. Dortmund hätte die Chancen gehabt, um hier einen Unentschieden oder vielleicht einen Dreier mitzunehmen. Aber sie haben die Chancen vergeben. Und somit gewinnt Braunschweig mit 2 zu 0. Der FC St. Pauli und der FC Schalke 04 haben zuletzt beide 1 zu 1 gespielt. St. Pauli gegen Bochum. Schalke gegen den Hamburger SV. Königsblau hier aber in der besseren Verfassung. St. Pauli zwar noch ungeschlagen. Hier waren sie aber nicht wach. Sodass Himmelmann gefordert war. Auch schon in der Anfangsphase. Dieser Schuss nicht wirklich gefährlich. Aber schon mal ein Zeichen, wie es hier laufen könnte. Schalke klar dominant. Jean-Jo Kenney mit dem Kopfball. Den Robin Himmelmann gerade so noch entschärfen kann. Das war eine super Parade. Auch ein guter Kopfball. Aber mit einer schönen Reaktion. Fischt er den da raus. Weiterhin nur die Gäste. Jean-Jo Kenney. Der FC St. Pauli viel zu weit weg. Da ist Gregoritsch und das 1 zu 0. Für die Gäste. 26. Minute. Super Treffer von Gregoritsch. Der hat auch mal hier gekickt. Am Milan-Tor ist schon eine Weile her. Aber das ist trotzdem zu erwähnen. 0 zu 1 nach 45 Minuten ging so in Ordnung. Der FC St. Pauli war weiterhin überhaupt nicht drin. Torchancen gab es kaum. Mal negative Highlights auch zu erwähnen. Mit Penney, der hier von der Seite ziemlich hart einsteigt. Gab dann in der 55. Minute auch die rechtmäßige gelbe Karte. Schalke ließ sich von dieser harten Gangart nicht irritieren. Suat Serdar mit der Hake zu Guido Burgstaller. 0 zu 2. Die Österreicher treffen. 66. Minute. Ah, Himmelmann sieht auch nicht gut aus. Aber war auch nur eine kurze Distanz. Schlussphase. St. Pauli braucht jetzt einen Doppelschlag. Henk Fehrmann macht es nicht selber. Legt in die Mitte zu Viktor Gierkeres. Anschlusstreffer, der aber zu spät kam. St. Pauli wachte deutlich zu spät auf in dieser Partie. Die verliert hochverdient mit 1 zu 2 gegen Schalke. Der VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach im Vonovia Ruhrstadion. Die in weiß gekleideten Gastgeber über die rechte Seite. Gamboa, der rechte Verteidiger, zu Robert Tesche. Maßgenaue Flanke. 16. Minute. Tesche hält noch den rechten Fuß. Der ist nicht so leicht zu nehmen. Macht er aber gut. Und holt so die Führung raus. Gladbach wollte noch antworten. Stindel. Da ist Plea, der auch an den Ball kommt. Aber Riemann kommt geschickt raus. Und verkürzt den Winkel ins Unmögliche. Somit stand es 1 zu 0. Robert Tesche hatte den Treffer erzielt in der Frühphase der Partie. Aber Borussia Mönchengladbach zeigte schon vor dem Seitenwechsel, dass es vorwärts ging. Und jetzt hatten sie noch mehr drauf. Diese Flanke. Da verschätzt sich Riemann komplett. Plea setzt nach. Und Stindel profitiert. 48. Minute. 1 zu 1. Ärgerlich für Riemann. Viel hatte er bis dahin nicht zu tun. Und das, was er zu tun hatte, machte er gut. Jetzt muss er sich den Treffer hier zumindest teilweise angreifen. Doch nun wieder Bochum. Weiterhin die bessere, die gefährlichere Mannschaft. Sylvain, Jeanvoulat. Doch Nico Elvedi kriegt noch die Ferse ran. Wieder der VfL. Danilo Soares. Janelt. Kein Abseits. Da ist Robert Tesche. Und 2 zu 1. 77. Minute. Die erneute Führung. Und die drei Punkte für den VfL liegen gut drapiert auf dem Silbertablett. Hatte Gladbach nochmal eine Antwort. Wir springen in die Schlussphase. Stefan Leiner mit der Flanke. Kopfball von Kramer. Noch nicht geklärt. Und Laszlo Benesch setzt noch einmal nach. Doch bekommt diesen Kopfball auch nicht gefährlich auf die Hütte. Und so blieb es beim 2 zu 1. Es läuft noch nicht so richtig bei Borussia Mönchengladbach. Und so gewinnt der VfL verdient mit 2 zu 1 hier im heimischen Stadion. Der Hamburger SV hatte den 1. FC Köln zu Gast der HSV noch ungeschlagen in dieser Liga. Und darauf möchte man heute sicherlich aufbauen. Aber der 1. FC Köln wusste auch ganz genau, dass sie nach dem 1 zu 3 gegen Dortmund wieder mal Punkte einfahren wollten. Uth zu Skiri der Ball von Van Drongelen aber abgefälscht und zur Ecke entschärft. Was Schwarz-Weiß-Blau hier ablieferte, war über weite Strecken ziemlich dürftig und hatte einiges an Verbesserungspotenzial. Trotzdem war Köln die deutlich aktivere Mannschaft. Hector nochmal mit einer Standardsituation. Leistner setzt den Kopfball vorbei. Ja, den trifft er einfach nicht gut. Aber wir warteten weiterhin auf den 1. Treffer und das musste auch über die 45. Minute hinaus so sein. Wie sah es dann im 2. Durchgang aus? Konnte der HSV jetzt auch mal abliefern? Sie versuchten es zumindest besser zu machen. Klar mussten sie auch hier im heimischen Volkspark. Und da ist die Möglichkeit. Plötzlich ergab sie sich für Adrian Fein, der jedoch an Timo Horn scheitert, der im Spitzenwinkel zur Stelle ist. Trotzdem hatte das letzte Wort nochmal der 1. FC Köln. Das 1 zu 0 wäre durchaus verdient. Mit Izibue, Jean Cordoba. Aber Lechard passt auf, rettet diese Situation, entschärft es und hält damit auch das 0 zu 0 fest. Der HSV bleibt weiterhin ungeschlagen. Für Köln war hier heute allerdings deutlich mehr drin. Zum Abschluss der Nordwest-Staffel hatte Arminia Bielefeld den SV Werder Bremen zu Gast. Und kuriosum, wir springen direkt in die zweite Hälfte, weil da war richtig was zu sehen. Im ersten Durchgang gab es kaum Möglichkeiten. Jetzt aber wurde es spannend und dramatisch. Kevin Vogt mit dem Kopfball aber nur ans Aluminium. Auf der anderen Seite die Arminia mit einer Freistoß-Situation. Marcel Hartl steht da bereits ziemlich entschlossen. Das ist eine gefährliche Position. Hartl luppt ihn in die Mitte. Bitten kurz klärt ihn. Brunner und Prietl nochmal. Doch Pavlenka, der aufpasst, wischt ihn zur Ecke. Die Arminen-Fans wurden jetzt etwas zuversichtlicher, weil der zweite Durchgang mehr zu bieten hatte. Hartl mit dem Eckball von der rechten Seite. Pipa und Hartherz mit dem Kopfball am zweiten Pfosten. Aber kriegt er nicht mehr richtig rumgerissen. Wird da noch gestört. So, dass wir nochmal in die 90. Minute springen. Gab es den Lucky Punch. Fabian Klos zu Edmundsson. Pavlenka hatte was dagegen. Ist schnell unten. Und hält somit das zweite 0 zu 0 dieses Spieltags fest. Es fehlen keine Treffer mehr. Ist wohl in Ordnung für beide Teams. Aber auch nicht ganz befriedigend. Der FC Bayern München hatte den 1. FC Kaiserslautern in der Allianz Arena zu Gast. Und sie taten sich sehr, sehr schwer. In der 70. Minute. Der 1. FC Kaiserslautern hatte immer wieder Anzeichen, hier sogar den Sieg mitzunehmen. Flanke ist super. Und in der Mitte Yannick Bachmann, der relativ frei steht. Den machen kann, machen muss vielleicht. Alaba stört noch ein bisschen. Vor Bachmann. Aber jetzt wurde es richtig heiß. Schad. Bachmann, wieder Bachmann. Carlos Sickinger. 1 zu 0. 77. Minute. Das 1 zu 0 für die Roten Teufel. Super mit rechts angenommen. Mit links abgeschlossen. Der Jubel war groß. Aber der FC Bayern München wollte nicht schon wieder verlieren. Zuletzt gegen Hansa Rostock. Mit 1 zu 0 geschlagen worden. Jetzt aber Joshua Kimmich. Rettet die Bayern. In der 86. Minute. Super Treffer. Das 1 zu 1. Da ist für Grillen nichts mehr zu halten. Es blieb beim Remis. Das war durchaus schmeichelhaft für die Bayern. Kaiserslautern war richtig dran. Richtig dicht dran. An dem Dreier hier in München. Der SV Waldhof Mannheim gegen die Eintracht aus Frankfurt. Immer eine besondere Partie. So häufig kommt das ja auch gar nicht vor. Waldhof Mannheim mit dem ersten Akzent. Und gleich mal ein nicht so verkehrter. 11. Minute. Gianluca Korte. Stand dann aber auch im Abseits. Das heißt, ein potenzieller Treffer hätte keine Anerkennung gefunden. Wir springen in den zweiten Durchgang. Standardsituation. Hofrat von der linken Seite bringt den Schafors. Tor. Da ist Valmir Suleimani. Der macht das 1 zu 0 in der 51. Spielminute. Kevin Trapp irrt da ein bisschen rum. Aber viel kann er da eigentlich auch nicht machen. Und Mannheim jetzt richtig. Richtig, richtig, richtig gut. Einfach perfekt gespielt. Monir Busiani gegen den 1. FC Kaiserslautern auch schon getroffen. Jetzt hält er nur noch den Fuß hin. Und es wurde noch besser. Flach vor's Tor. Guaida macht alles klar. 85. Minute. 3 zu 0. Das war jetzt heftig. Aber auch in der Höhe durchaus in Ordnung. Frankfurt konnte hier einfach nicht Fuß fassen. Somit das 3 zu 0 für den SV Waldhof Mannheim. Für den Tabellenführer der Südoststaffel hochverdient. Spitzenduell im Ostseestadion. Und der FC Handel Rostock auf Platz 2 vor diesem Spieltag. Karlsruhe auf Platz 3 dicht dahinter. Und Karlsruhe zog hier gut an. Ben Hatira mit der Flanke. Der Ball wird lang. Da ist Shamolu. Und Markus Kolke. Die Krake. Fisch den raus. Wir haben in dieser Partie häufiger gesehen, warum genau er diesen Spitznamen trägt. Was der gehalten hat. Unglaublich. Dazu in der Konferenz natürlich mehr. Dann gab es Elfmeter und die rote Karte für Daniel Gordon. Das Spiel wurde auf den Kopf gestellt. Aber ein bisschen strittig war das schon. Aber die Möglichkeit wurde sowieso vergeben von Jean Verhoek. Rostock, der hier nur das Aluminium treffen kann. Rostock fuhr jetzt eine Angriffswelle im zweiten Durchgang. Sonnenberg an den Außenpfosten. Sie hatten Aluminium-Pech. Somit weiterhin offen. Alles bis zum bitteren Ende. Doch Karlsruhe spürte jetzt den Mann weniger. Hanslik. Daniel Hanslik. Hanslik wird zu spät von Pizot angegangen. Und schlägt dann zu. 82. Minute. Doch noch das 1 zu 0. Der entscheidende Treffer in dieser Partie fällt. Weil dem KSC ein Innenverteidiger fehlte. Somit bleibt es beim 1 zu 0. Der FC Hansa Rostock weiterhin ungeschlagen. Und ganz dicht obendran. An Mannheim. Die SG Dynamo Dresden hatte den VfB Stuttgart zu Gast. Der VfB musste sich mit einem 1 zu 1 begnügen gegen Eintracht Frankfurt. Dynamo Dresden schlug spät zu. Baris Atik hatte das 1 zu 1 per Fallrückzieher erzielt. Hier hatte in der 8. Minute Chris Löwe noch rechtzeitig den Kopf ranbekommen gegen Massimo. Sonst war es nicht so spannend im ersten Durchgang. Jetzt mal René Klingenburg gegen Kobel. Der aber aufpasst. Gut reagiert. Und das 0 zu 0 zur Pause festhalten konnte. Der zweite Durchgang von Dynamo noch besser geführt. Das ist Alexander Jeremäev. 70. Minute. Kobel ist noch dran, aber kriegt ihn nicht richtig rausgekratzt. Und der schlägt hinten ein am langen Eck. Davon die Schwaben gebrochen. Mehr Platz für Dresden. Nochmal so eine Situation. Und Terrazino setzt sich zu leicht durch im Kopfballduell. Setzt den Sprint an. Und macht hier den Deckel drauf. Dresden gewinnt mit 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. Brauchte ein bisschen, um anzulaufen diese Partie. Am Ende war es ein souveränes, nicht unverdientes 2 zu 0 der Dynamos. Den Spieltag rund machen in dieser Liga. Der TSV 1860 München und der 1. FC Nürnberg. Bayern gegen Franken. Die erste Szene war heiß. Und wie heiß. 9. Minute. Mölders mit dem Kopfballdang. Wird es als Eigentor für Konstantinos Mavropanos bewertet. Ja, weil er den Ball da einfach nicht rauskehren kann. Und ihn dann sich selbst einhaut. Relativ bitter für die Klubberer. Und München 60, die waren hier heiß und setzten noch vor der Pause einen weiteren Nadelstich. 40. Minute. Sascha Möll, das jetzt war, ist ganz unbestritten sein Treffer. Martenia kann nur hinterher schauen. Aber die Gäste steckten den Kopf nicht in den Sand. Michael Frey, 56. Plötzlich wieder alles offen. Und es entwickelte sich die eine Szene für den 1. FC Nürnberg. Eckball, Johannes Geis. Das kann der richtig gut. Kopfball von Frey in die Arme von Hiller. Wird noch recht gefährlich. Zu mehr reichte es nicht. 18,60 gewinnt mit 2 zu 1 und beschließt damit den fünften Spieltag. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sehen wir uns vermutlich am Dienstag wieder am sechsten Spieltag. Bis dahin und Adios. Bis zum nächsten Mal.